Folge 100. Das ist tatsächlich die hundertste Folge dieses Podcasts. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Vier Kernkompetenzen, die Sie haben sollten, um im Business zu bestehen. Immer weniger Menschen sind klassische Verkäufer, wie der sogenannte Vertreter der 70er Jahre. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die sich und ihre Fähigkeiten verkaufen wollen. Diese Jubiläumsausgabe des Podcasts zeigt Ihnen, wie Sie an den vier wichtigsten Themen arbeiten können, um Ihren Erfolg mit Geschäftskunden zu steigern, auch wenn Sie nicht als typische Verkäufer bezeichnet werden wollen. Mit dieser einhundertsten Ausgabe des Blogs und des Podcasts für professionellen Verkauf an Geschäftskunden ist der richtige Moment gekommen, eine Bilanz zu ziehen. Eines schon vorweg. Es ist die letzte Ausgabe dieser Reihe. Was will man nach hundert Ausgaben noch hinzufügen? Es ist Zeit, einen Neuanfang zu wagen. Und dafür ist diese runde Zahl genau der richtige Anlass. Die Serie endet und beginnt neu. Wir haben Sie und andere Leser gefragt, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wir wollten wissen, welche Themen Sie bewegen. Und wir haben genau zugehört, was unsere Leser und Podcast-Hörer gesagt haben. Vier Kernkompetenzen bestimmen den Erfolg mit Geschäftskunden. Es hat sich herausgestellt, dass es genau vier Kernkompetenzen gibt, die den Erfolg im Umgang mit Geschäftskunden ausmachen. Nämlich Akquisition, Gesprächsführung, Angebot und Präsentation, sowie Preisverhandlung und Abschluss. In dieser Ausgabe gehen wir auf die wesentlichen Anforderungen in diesen vier Bereichen des Geschäftskundenvertriebs ein. Wir beleuchten die Schwierigkeiten, die in der Praxis auftreten und geben Ihnen einen Überblick, was Sie besser machen können. Und ganz zum Schluss geben wir Ihnen noch einen Ausblick auf künftige Ausgaben dieses Podcasts und wie Sie davon am meisten profitieren können. Aber dazu später mehr. Konzentrieren wir uns auf die vier Kernkompetenzen im professionellen Verkauf. Erstens Akquise. So beginnen Sie den direkten Kontakt zu relevanten Neukunden und zu bestehenden Geschäftskunden. Der erste Schritt, um mit Kunden in Kontakt zu kommen, ist für viele Menschen eine sehr unangenehme Arbeit. Vor allem dann, wenn ihr Aufgabenfeld neben dem Vertrieb noch andere Tätigkeiten umfasst, sind viele Menschen versucht, sich um die Akquise zu drücken. Das ist verständlich, weil die meisten Menschen es hassen, abgelehnt zu werden. Und Ablehnung ist sicher die häufigste Reaktion, die potenzielle Neukunden uns entgegenbringen werden. Das liegt in der Natur der Sache. Denn wenn es üblich wäre, dass die Kaltakquise meistens funktionieren würde, dann hätte ja jedes Unternehmen sofort mehr als 50% Marktanteil. Und die Wahrheit ist, meistens funktioniert es nicht. Die meisten Versuche, einen neuen Kunden zu gewinnen, führen eben nicht dazu, dass es tatsächlich einen neuen Kunden gibt. Dieses Missverhältnis führt dazu, dass vor allem akademisch geprägte Weltanschauungen die Akquise verschmähen. Das ist was für Klinkenputzer. Das ist der Tenor, den wir von solchen Menschen hören. Sie interpretieren die hohe Rate an Misserfolgen als Beleg für die schlechte Eignung der Kaltakquise, um neue Kunden zu finden. Aber diese Einschätzung ist falsch. Nehmen wir einmal den Sport als Anleihe. Wie oft wird ein Freistoß beim Fußball zum Tor? Wie oft gelingt ein Birdie beim Golf? Wie oft schafft man einen Drei-Punkte-Wurf beim Basketball? All das sind Ergebnisse, die durchaus erstrebenswert sind und zumindest im Profisport auch oft gelingen. Aber eben auch auf höchstem sportlichen Niveau bei weitem nicht immer. Bei den hier genannten Sportarten ist der Erfolg der Maßnahme selbst auf Profi-Niveau kaum in mehr als 30% der Versuche erfolgreich. Ist es ein Grund zum Verzweifeln? Wohl kaum. Sehen wir uns an, worauf es in der Akquise wirklich ankommt. Ziele. Viele denken, dass das Ziel der Akquise ein persönliches Treffen, also ein sogenannter Termin ist. Deshalb sind die meisten Bemühungen der Akquise auf den nächsten Termin ausgerichtet. Aber das ist nicht hilfreich. Viel besser wäre es, bei der Akquise zu erreichen, dass die guten Chancen identifiziert werden. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Es geht um Selektion. Das Ziel von Akquise ist es, erfolgversprechende Chancen zu finden und andere auszusortieren. Mentale Einstellung Eben weil der Misserfolg überwiegt, ist es wichtig, dass wir eine mentale Einstellung zu Akquise entwickeln, die dieses Verhältnis abbildet. Neukundengewindung ist der Quell des Unternehmenserfolgs und dennoch unbeliebt. Warum? Weil Menschen Ablehnung nur schwer ertragen können. Diese archaische Programmierung ist in unseren modernen Zeiten nicht mehr relevant, weil Ablehnung in unseren Tagen nicht mehr zwangsläufig zum Tode führt. Schaffen Sie sich eine passende Einstellung, um mit häufigen Misserfolg bei gelegentlichem Erfolg gut leben zu können. Methodik Jede Anbahnung hat das Credo eines Flirts. Es kann klappen, aber es muss nicht. Und es kommt darauf an, wie man ankommt. Es geht nicht um das, was man sagen will, sondern um das, was verlangt wird. Jeder Mensch ist nur an seinen Themen interessiert. Also wollen wir das besprechen, was aus Sicht unseres Gesprächspartners wichtig ist. Inhalt Ich, ich, ich So sind die meisten Werbebotschaften aufgebaut. Unser Produkt kann dies, unsere Dienstleistung macht das. Aber was bedeutet das für mich als Kunde? Was bekomme ich? Nutzen Sie die Lücke und klären Sie in Ihren Botschaften vor allem, was das Ergebnis Ihrer Leistungen ist. Was bekommt der Kunde? Wenn Sie diese Tipps zum Thema Akquise, Geschäftskundenanbahnung, Neukundengewinnung oder wie auch immer Sie es nennen wollen, umsetzen wollen, dann führt das zum Erfolg. Sehen wir uns den zweiten wichtigen Block an, der im Erfolg mit Geschäftskunden wichtig ist. Gesprächsführung. So nutzen Sie den Dialog, um die Bedürfnisse und Entscheidungsbereitschaft zu verstehen. Wenn die Bemühungen der Akquise zum Erfolg geführt haben und ein Dialog mit einem potenziellen Kunden stattfinden kann, dann kommt es darauf an, dieses Gespräch so zu führen, dass klar wird, was der Kunde wirklich will. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir in unseren Vertriebsprozessen vor allem darauf ausgerichtet sind, etwas zu sagen und weniger darauf wirklich zu verstehen, was der Kunde will. Bei der Gesprächsführung kommt es also vor allem darauf an, die Perspektive des Kunden einzunehmen. Wenn man eine professionelle Struktur aufbauen will, um zu verstehen, was wichtig ist, kommen diese vier Themen an die Oberfläche. Situation. Was ist jetzt? Was ist die Ausgangssituation? Was sind die quantitativen Merkmale des Status Quo? Probleme. Was stört? Was sollte anders sein? Was ist problematisch? Schmerz. Welche betriebswirtschaftlich messbaren Auswirkungen hat das Problem? Was kostet das Problem in Euro? Was passiert, wenn wir nichts tun? Nutzenwunsch. Wie sieht eine ideale Lösung aus? Was müsste geschehen, damit der Kunde sich entscheidet? Welches Ergebnis müsste eine gute Lösung herstellen? Diese vier Bereiche von Fragen verlangen nach unterschiedlicher Technik. Wie Sie mit vier Fragearten die Kundenentscheidungen beflügeln, haben wir bereits ausführlich in der Ausgabe 79 behandelt. Wichtig dabei ist, dass wir die Situationsfragen möglichst vermeiden und die anderen Fragen so einsetzen, dass der Kunde frei reden kann und seine Problemsituation ausführlich schildert. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, um herauszufinden, welchen Handlungsdruck und welche Zielvorstellung der potenzielle Kunde hat. Wenn die professionelle Gesprächsführung dazu geführt hat, dass Klarheit gewonnen wurde, was genau der Kunde entscheiden will, dann steht jetzt der nächste wichtige Schritt an. Angebot und Präsentation. So stellen Sie Ihr Angebot attraktiv und passgenau dar. Angebote sind dazu da, angenommen zu werden. Alles andere wäre eine Farce. Nur die Annahme von Angeboten ist ein lohnendes Ziel all dieser Anstrengungen. Die clevere Gesprächsführung ist eine wesentliche Voraussetzung für passende Angebote. Wenn man versteht, was ein Kunde kaufen will, dann ist es natürlich der Ausgangspunkt. Machen Sie mir mal ein Angebot. Das war ja schon in Ausgabe 97 der Ausruf des Kunden, den wir gerne mit einem ausführlichen schriftlichen Angebot bearbeiten. Dazu kann man eine Struktur in das Angebot bringen, die dafür sorgt, dass die Annahme wahrscheinlicher wird. Und das erreichen wir, indem wir den Kunden da abholen, wo er jetzt steht. Danach erst formulieren wir das Ziel. Dann folgt die Beschreibung der Umsetzung und schließlich das Investment in Verbindung mit dem Nutzen, also dem ROI, dem Return-on-Investment. Präsentationen, die nur zeigen wollen, was der Anbieter kann, aber die sich des Kunden außen vor lassen, sind zwar in der Praxis sehr häufig, aber dennoch sinnlos. Es geht wirklich nur darum, den Kunden eine Lösung zu zeigen und anzubieten, die dieser auch haben will. So erreichen Sie eine zügige Entscheidung für die profitablen Geschäftsbeziehungen. Entscheidungen sind schwierig. Je mehr Alternativen möglich sind, je schwerer ist es, letztlich eine gute Entscheidung zu treffen. Und deshalb ist es eine wichtige Strategie, die Anzahl der Optionen im Laufe des Verkaufsprozesses schrittweise zu verkleinern. Im Angebot selbst sollte dann nur noch eine Lösung ohne Alternativen angeboten werden, die so genau auf die Anforderungen des Kunden passt, dass dieser nur noch Ja sagen muss und keine Auswahl mehr treffen muss. Kunden wollen Klarheit und auch Sicherheit, dass die angebotene Lösung wirklich ihren Zweck erfüllt und das Problem löst. In den meisten Fällen kann diese Sicherheit in Form einer Garantie jedoch nicht hergestellt werden. Deshalb ist es sehr oft nötig, dem Kunden eine emotionale Stütze zu bieten, damit er die mutige Entscheidung treffen kann. Wenn im Anschluss an die Entscheidung der Führungskraft noch ein Einkäufer mit der Bestellung beauftragt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser erst bestellen wird, sobald der Verkäufer klar gesagt hat, dass es keine weiteren Nachlässe geben wird. Ob er das gleich zu Beginn tut oder erst nach einer oder zwei oder drei Verhandlungsrunden ist nicht relevant. Der Einkäufer wartet auf das Kaufsignal Ende der Verhandlung und sobald er das bekommt, kann er kaufen, vorher nicht. Achten Sie darauf, dass Sie dieses Signal setzen und nicht zu weiteren Verhandlungsrunden einladen, indem Sie im Konjunktiv sprechen. Fokus bringt Vorteile Diese vier wesentlichen Bereiche des Vertriebs werden wir in den kommenden Ausgaben des Blogs und des Podcasts behandeln. In den kommenden Ausgaben werden wir uns ganz aktiv dem Thema Akquisition widmen. Ab der 101. Ausgabe geht es 13 Folgen lang, also ein Quartal lang ausschließlich um die Neukundengewinnung. Ich hoffe, diese Konzentration wird dazu führen, dass Sie noch mehr Tipps, Ideen und konkrete Anwendungsvorschläge aus unserer Arbeit mitnehmen können. Die 100. Ausgabe dieses Podcasts ist vorbei. Zu Ende. Freuen wir uns auf einen Neuanfang mit Themenfokus Akquise ab der nächsten Folge. Bleiben Sie mir treu und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an unter der deutschen Nummer 0651-360-89101. Ich wiederhole das. 0651-360-89101. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Themenwünsche zum Podcast. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bei iTunes.